Oh, schöne Musik! Macht richtig Freude! Aber das mit dem Wolf macht keine Freude! So... Ähm... Gehe ich zur Scheune oder gleich zum Haus? Scheune, Scheune! Nein, ich geh jetzt mal zum Bauernhaus! Da gibt's mehr zum holen! So, wie schaut das Gesundheitsdegel aus? Ausgetrocknet, jo! Ich kann ja mal in der Medizin draus machen! So, ich hab gel... Was? Herzschmerzbrücke! Oh, tut mir mein Herz weh! Oh! Na, was ist das für Gugner? Irgendwo hab ich gelesen, dass da in ein neues... ... ein neues Rennen in ein Areal geht! Das wär schön, wenn ich das finden würde! Aber noch nicht jetzt! Das ist die Batterie! Oh! Nehmen kannst du für irgendwas machen könntest! Quack, quack! Oh! Schon wieder ein Messer! Na, super! Und 10 Pfälzer! Na, geh aber! Oh! Und eine Schockerriege! Gut! Besseres wie gar nichts! So! Gibt es da hinten was? Gibt es da hinten was? Gibt es da hinten was? Gar nichts! Ah! Mir ist schon wieder Eis geholt! Super! Schockerriegel! Und einen Stoff! Na, schön! So! So! Ah! Aber da fahren jetzt nicht eine Zange hin! Na gut! Dann geh ich mich mal aus... Auswärmen! Ja! Aus... Wärmen! Ja! Sicher! Natürlich! Und ich hoffe ich finde da jetzt einen kleinen Zander jetzt einmal! Weil... Ja! Schau! Da ist ja schon das Bauernhaus! Ich freue mich! Schau wie schön blau das da der Schnee ist! Ist ein besoffender Schnee oder wie? Oder scheint die Sonne so gut? Na ja! Sonne ist... Sonne ist gut, ja! Sonne ist gut! Schnapp wieder her! Schön bewegt! Schau! Die Wolken bewegen sich auch, Mann! Wirklich schön gemacht! Ja! Jetzt bin ich aus! Ok! Na, müssen wir halt öfter schauen! So! Haben wir noch was zu trinken? Ah! Dosen haben wir noch! Ach! Pfff! 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 Scheibschammauer erst! Gut, das Fleisch müsse ich dir auch schon langsam braten! Ich hoffe ich krieg irgendwie ein... Ach ja, der sagt das! Der Bahnhof! Juuu! Mein Lebensräter, hoffentlich! Mal schauen was da drin liegt! Gar nix! Außer kalte Luft! Gar nix! Gut! Ah, das Auto auch noch! Schaut, dass du in den Silo nicht rein kannst! Schade alter! Aber bitte! Na ja! Schade alter! Aber bitte! Ähm... Ja, dann gehen wir in den Keller zuerst durch! In den Keller! Schauen, ob wir ein paar Leichen finden! Na, Metallschrott finden wir! Genau das, was wir brauchen! Genau! Oh! Es gibt's ja nicht mehr Zeitung! Ich hab mich noch nie über so eine Zeitung gefreut wie jetzt! Wahnsinn! Und da holt's auch noch! Na schau! Wir schauen schon wieder Metallschrott! Kann ich eh nix auffangen damit! Es gibt eine Schmalz! Es gibt's ja nicht mehr! Es gibt's ja nicht mehr... Es gibt's ja nicht mehr! Und schon wieder Metallschrott. Höher. A Tog jetzt auf. Wollsoppen! 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 Oh, ne lange Unterhoos! Und nochmal Wollsoppen. So, lange Unterhoos, haben wir das schon. Jo. Sogar am besten. Weiss. Baumwollunterhose. Wollunterhose. Wollunterhose. Na, wahnsinn. Der hat sogar bestes... Na ja. Woll ist Wolle. Pass auf. Äh, na sicher. Schauen wir da. Na, was will ich? Antibiotika, was sonst? Mal schauen. Und schon wieder Neset. Aber du meinst, ich kann schon eine Schneiderei auf, wenn man auch aufmachen ist. Du was nehmst bei Zinder verkauft. Schleifstein, na bitte. Und noch meine Handschuhe. Schön. Sehr schön. Ich werde dann in irgendeinen Schrank ablegen. Ich werde dann in irgendeinen Schrank ablegen. Dann. Jetzt haben wir sie mal... Ja. 7% Das wird jetzt Heike. Dann muss ich jetzt aber schnell in die Küche gehen. Dann muss ich jetzt aber schnell in die Küche gehen. Schaut, das ist Shane auch noch geworden. Nein, schaut er das an. Das ist Post Shane. Na dann. Herzlich rein spaziert. Willkommen, so meine ich das. So, wo ist der Ofen? Wo ist der Ofen? Ähm. Da ist eine Küche. Ah, da ist er. Sehr gut. Mit Brandbeschleiniger. Sivublei. Sehr gut. Der braucht den Rest so. Na ja. So. Jetzt haben wir sie. Jetzt werden wir mal... 2 Liter Wasser schmelzen. Das wird sich öfterlich... Ausgehen. Ah, das wird sich... Naja. Jetzt werden wir mal... ...schlafen. Dann haben wir noch ein Burgl. Lass rein damit. Zurück, so. Jetzt werden wir sie noch... ...Schweinefleisch mit Paunen machen. Dann werden wir dann schön... ...fortz tun. Dann haben wir geschlafen. So. So. So, die Schweinefleisch mit Paunen. So. Ah. Heiß geöffnet. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So. Misshauer. Cool. So. 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 Andere Liter tun wir reinigen. So. Schüttl, 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 schüttl. Warum sind wir sie nicht verwenden? Lass mal so. So. Jetzt. So. 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 Salzcracker Ah ja, bamm Na klar Salzcracker Schleine Schleine Schweinefleisch mit Bohnen Gut Ja, passt schon Mein Kühlschrank drin Regal 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 Was sind wir da drinnen? Gar nichts Der Spiegel ist zerbrochen Was sind wir da? Ein Band Ein Ort im Keller Ein Werk bauen Na wurscht So, da könnte man das Wasser auch nehmen Ich bin ein Trottl Wir sind schon wieder Oh nein Na klar Na klar Na klar So Was war das? Achso Da ist nichts drauf So Geil, da steht Na Wohlmütze, na klar Fäustlinge Na ja, das ist wieder die Frage Na Das Aha Na schau Bücher rein, das werden wir da beim Einschlafen lesen Na schau, jetzt habe ich genug Zeitungen da Nein Nein Nein, ich will nicht auseinandernehmen Achso, das ist nur träg Ja Erst, wir sind beforscht Schaut es aus Schau, da haben wir noch eine, wir hüttet Nee Nee Ich auch nicht, da muss ich dann Na Oida Also Ich denke mir schon Gut, das kam eh da hinten los und das gehört jetzt am oben zu Handschuhe Radio geht nicht Schaukaffee Ah Täusch, trinkt man kalt Na, schau, da wieder Gewehr putziert Na, Thermoweste Na ja So 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 Ich hoffe, dass man den Bilderrahmen entnehmen kann Hoch 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 Lesestoff bis Dort hinaus So Schublade Ah, da haben wir so Nein, das ist keine Werkbank, oder? Nein Stuhl ist das Ein Stuhl im Eck Hast ein Stuhl im Eck Kreiderschrank Daunenweste Daunenweste Aieieieieiei So Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen heller Ah, genau, Babak Verkürze Was hat er? A Kinderbett Na sicher kann ich so so anfangen, aber Das ist mir nix Oh, ein schöner Traktor So gut versteckt der Plastikbehälter Ok, da können wir schlafen Luxus-Anorak Luxus-Anorak-ki Nochmal zu erzeugen Puh Ok, fast schon Was haben wir dort jetzt noch Feistlinge? Ähm Ok Nehmt Was für selten Es gibt gar keine selten Na, oder was, euer? Na ja, lust und warm Nicht sehr warm Und nass und so Ok, warte mal Haben wir einen Stoff, Stoff haben wir da Ok, warte mal, dann machen wir das einmal so Bambalssocken rein Daunenweste Noch eine Die Molmütze Na, der hat da eigentlich nicht Das ist Thermoweste, oder? Wasser vielleicht, nein Schau, das ist 120% Gut So, äh, wo ist denn? Ok, gut Gut, Aktionen Reparieren Mal schauen, wie warm das die damit wirklich sind Sehr gut Was haben wir denn jetzt? 82% Bitte Klar Ziehen wir gleich an Was, der Schub da Kleidungssohn Was haben wir da? Das weg Das weg Warte noch immer 10kg zu schwer Wahnsinn Na super Na super Fissen Setzt 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 Ok, dann werden wir gleich anziehen Weil der Andere ist Andere ist put Cargo Hose Genau wieder Zusammengerollte Buche Erwaschen Warum ich so schwer bin Ich habe so viele Bücher eingesteckt Schaut Schaut also, da gibt es schon wieder Gewehr ohne AQUER-MUNITION Gut Weil ich das richtig gesehen habe Was haben wir hier? Ja, was wohl? Munition haben wir da Weg damit Also bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht von diesem Haus Noch nicht, aber so Noch nicht, aber so Tadada Tisch 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 haben wir da Man geht schon wieder Alter Könnte mal eine E-Stunde machen Oder wie? Stuhlindex schon wieder Ich glaube, dass man da nicht raus schauen kann Ah, und schon wieder ein Bug Na, Wahnsinn Eine sehr beläsene Familie da, oder wie? Ich glaube, der Fenster hieß nicht Einfache Stiefel, na super Besser ist, wenn wir gar nichts haben, was uns nichts holt Zubladen ist leer Zubladen ist leer Vater und Sohn, oder was? Was haben wir da? Ein Jokoriki So, wie schauen wir denn aus gesundheitlich? Erschöpft, trockener Mond Junge, dann trinken wir mal was Ah Satt Wo ist der Verdruck, Kommandee? Die Erdnussbutter So Ja Achso, da habe ich auch noch was Also das ist Le WC ist das WC Und Dusche Und Bad Ahja Achso, was könnte ich da ein Geh ein wenig Ehhh Und das andere Vier Na ja, Badmattweber Drei Badflechten Man könnte immer schon was zusammenpasst So, mein kleiner Schrank Schön gefüllt, ja, da kann ich mir schon Ich meine, modisch ist nicht viel drinnen, aber auch Na ja Darüber reden wir ja nicht So, ähm So, ähm Achso, da wird es auch noch irgendwas Egnat, sowas Wie gibt es denn sowas? Ähm Ahja Ahja So, das ist Haben wir da Ja, da haben wir nichts zum Verstaunen, da Wo sind die Kitchen Guys? In der Kitchen In der Kitchen Aber nicht in den Küchschrank So Gut Brennbares Gut Gut Dafür Nummer 6 umlagern Mit Pfl Na gut Was haben wir da wer? Pfl Alle umlagern Alle Wir werden Feuerstahl Das ausschaut Gut Feuerstahl habe ich Die Lupe Können wir auch um Oder Das Ne Das hätte ich auch nicht tun können So Was haben wir denn sonst noch? Okay, wenn wir immer so schwer Na ja Wurscht Da haben wir den Puh, 33 Ah ja Das Ja genau Okay Das ist Wurscht Was ist das? Nein, das ist nicht Sette ruhig meine Was haben wir denn? Ah ja Das schleppt nicht mit mir da wo da rum Ah, schlecht denn Ähm Nö Wo is it? Da ist des Gut Kann ich doch den Karnis dahin tun Wann in Fing Jo Gott, der ist immer so gut getarnt Genau Da sind bloß 2 Kilo wieder weg Sehr gut Nesset Schleifstein Tomate Einen Quer Brauche ich das Alles Einfaches Werkzeug Brauche ich auch nicht Weil Ich kann mich Quer eh nicht reparieren Und Jagdmesser weiß ich nicht So 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 Zwar Buch Da kann ich mich Medizin machen Das ist wurscht Metallschrott Brauche ich auch nicht Federn Na nur Ja Brauche ich zwar auch nicht Aber man Nahrung halt hat zu Das ist schon viel Was ich wollte Das ist schon ziemlich viel Ups Das ist ziemlich viel Aber Tasse Kaffee Könnte trinken jetzt Komm jetzt einmal Und da sind wir nicht mehr so erschöpft Hehehe Ist eh klar So Uh 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 6.50 2.50 Nein ich will das Bauernhaus noch nicht verlassen Äh Nahrung Nahrung Nehmen wir das noch weg Ich muss das von Arbeit Ist zwar nicht alles so schwer Aber Ein Liter Ist dringlos immer da Passt schon Gut Eine Stunde Tageslicht Nahrung Da gehe ich nirgends mehr wohin Obala Gut Eine Stunde Zehn Stunden Eine Stunde Überladen Ausgetrocknet Ja passt schon Ähm Zwei Stunden Dunkelheit Vielleicht Trinken wir mal so eine Orangenlimonade Alle Dann legen wir sie noch Drei Stunden hin Dann ist wenigstens wieder ein Tag hell So gespeichert hat's Ja das Ahaha Gut So Teuer geht weiter Aber nicht jetzt Und später Tschüss